Hallo Leute, willkommen bei diesem House Flipper Update Video. Es gab ein Weihnachts-Update von House Flipper, gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten. Ich habe es mir auch gerade erst runtergeladen und jetzt gehe ich mal mit euch die wichtigsten Sachen durch. Und zwar der erste Punkt ist, dass es jetzt offiziellen Controller-Support gibt, also Pet-Support nennen die das. Das Ding sieht so ähnlich aus wie mein Xbox-Controller. Ich nehme an, der ist damit gemeint. Und in den Patch-Notes oder in den Update-Notes haben sie auch geschrieben, ob das vielleicht ein Hinweis darauf sei, dass es House Flipper auch bald auf Konsole geben würde. Fragezeichen, so ungefähr. Also vielleicht gibt es House Flipper auch bald für Konsolen. So habe ich das verstanden. Und das Zweite ist, es gibt ein neues Haus. Und zwar ist das das Haus von Home Alone. Home Alone ist der englische Titel von Kevin allein zu Haus. Und ich denke mal, da wird so einiges an Überraschungen auf uns warten. Ich habe keine Ahnung, ob ihr den Film Kevin allein zu Haus kennt. Ich habe den vor gefühlten Jahrhunderten geguckt. Also ein ziemlich alter Film, wo ein Junge allein zu Haus bleibt und sehr viel Unsinn macht. Der Schauspieler von diesem Kevin ist inzwischen längst erwachsen. Also das ist wirklich Jahrzehnte her. Und ausgerechnet dieses Haus haben sie jetzt nachgebaut. Okay, gut. Und es gibt neue Weihnachtsgegenstände. Also hier so die üblichen Deko-Sachen. Immerhin auch mit Weihnachtsbaum und Geschenken und solchen Socken. In englischsprachigen Ländern ist es ja üblich, Geschenke in solchen Socken zu verstecken. Es gibt neue Kamine. Also hier so ein Ofen und ein paar schöne Kamine. Finde ich eine tolle Sache. Und das Einschlagen von Wänden soll verbessert worden sein. Man soll eine bessere Erfahrung damit haben. Da bin ich schon sehr gespannt. Denn ich schlage ja gerne Wände ein, um den Grundriss neu zu gestalten. Und das ist doch schön, wenn das noch toller wird. Und das Hauptmenü wurde verändert. Und eine Veränderung vom Hut. Okay. Und noch ein paar kleinere Verbesserungen und so weiter. Mit dem Fensterreinigen soll noch besser sein. Und ja, das Zusammenbauen von Objekten soll besser sein. Und richtige Texte, wenn man diesen kakerlakenfreien Modus, Modus gewählt hat und so weiter und so fort. Das schließen wir jetzt mal. So, ich mache hier mal Spielfortsetzen. Und jetzt frage ich mich natürlich, habe ich genug Geld, um dieses neue Haus zu kaufen? Noch weiß ich nicht, wie viel das kostet. Ich habe gerade mal 106.000. Und so, gehen wir hier mal rein. Ah, und es soll auch auf dem... Ja, das sieht schon alles irgendwie etwas anders aus. Also hier so, wie das E hervorsticht. Auf dem Laptop soll es auch was Neues geben. Mal gucken. Ob hier bei der Mail? Nein. Das sieht alles aus wie gewohnt. Vielleicht hier? Okay. Das ist hier mein Bürohaus. Und dieses Haus ist irgendein Haus, was ich mal ausbauen wollte. Ich habe schon überlegt, zur Not verkaufe ich das, aber ich glaube, das kann ich dann nie mehr ausbauen. Das hier ist das Gruselhaus und das ist das Rosa-Haus, das ich gerade renoviere. Ja, hier sind die neuen Häuser. Bunker vom Onkel, Familienhaus. Oh, da kommt es. 158. Alleinhaus. Nee, 158 Quadratmeter. 340.000. Ach, du liebes bisschen. Wie soll ich mir das denn jetzt kaufen? Selbst wenn ich zwei Häuser verkaufe, kriege ich nicht so viel zusammen. Ich gucke mal, ob man die wieder kaufen kann, wenn man die mal verkauft hat. Nee. Oh, wie schade. Ach, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Tja, wie haben sie sich denn das gedacht? Ach, da machen sie so ein tolles neues Haus. Und das ist dann so teuer, dass man sich das gar nicht leisten kann. Hm. Und ich habe keine Ahnung, wie man sich hier Geld erscheatet. Ob man das überhaupt kann. Tja. Nun, da muss ich mal in mich gehen und ein bisschen rumgrübeln, ob ich da eine Lösung finde, wie ich dieses Haus kaufen kann. Okay. Es ist mir gelungen, mein Geld zu verzehnfachen. Jetzt kann ich mir auch das neue Weihnachtshaus kaufen. Okay. Kaufen wir das gleich mal und gucken es uns an. So. Jawohl. Ei, 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 ei. Ja, da sieht man schon das Chaos. Okay. Dann kaufe ich das mal. Und dann gehen wir da auch gleich hin. Oi, 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 oi. Ja, ihr fragt euch bestimmt, was wird aus dem rosa Barbie-Haus. Das mache ich natürlich weiter. Aber da jetzt dieses Weihnachtshaus aktuell ist, mache ich da erst mal zumindest ein bisschen was. Und dann geht es weiter mit dem Barbie-Haus. Ich habe auch noch eine Folge, die ist schon aufgenommen. Die kriegt ihr dann auch später zu sehen. Nein, vielleicht mache ich jetzt diese Folge und noch eine Folge mit dem Weihnachtshaus. Und dann geht es erst mal mit dem Barbie-Haus weiter. So. Jo. Alles schön verschneit. Ja, so ein bisschen verschneit. Interessantes Haus. Gehen wir mal hin. So. Ah, und da geht es jetzt gleich schon los. Lauter Spielsachen. Ah, vielleicht kann man die irgendwie hier so in die Ecke räumen. Weil die müssen wir ja nicht unbedingt wegwerfen. Ah, eine kleine Autosammlung. Na komm, stell dich hin. Ja. Wieso wurde hier nicht aufgeräumt? Ja, Geduld, Geduld, Leute. Ich bin gerade dabei aufzuräumen. Ups. Was ist das? Oh, ein Fahrrad. Wie cool. So, lauter gleiche Autos oder fast gleiche. Das will da nicht hin. So, hier. Hey. Ja. Prima. So. Die muss ich dann später in irgendein Regal räumen oder sowas. Nun, die sind hartnäckig. Die lassen sich nicht hinstellen. Jetzt aber. Jawohl. Da ist noch ein Fahrrad. Kein Wunder, dass der Bub nicht aufgeräumt hat, wenn die Sachen so schwer aufzuräumen sind. Jetzt aber. Wenn ich sage, jetzt aber, funktioniert es immer. So. Ja, sehr gut. Okay, gut. Oh, und hier kann man gleich renovieren. Wenn man das in Orange anmalen will. Das sieht hier schon mal prächtig aus. Richtig prächtig. Hier ist alles umgeworfen. Huch, was ist denn das? Ein Teppich? Ja, ich glaube, das ist ein Teppich. Ein schöner Essraum. Das hebe ich mal kurz auf. Kann man nirgendwo hinstellen. Da. Gut. Und den auch. So. Erstmal, dass es aus dem Weg ist. Merkwürdige Dinge. Huch. Ah, das gilt wohl als Dreck. Ah, das sind wohl Federn von einer Kissenschlacht oder so. Cool. Lustig. Ja, hier ein schönes Esszimmer. Und da, was ist das? Ah, geht von selber weg. Okay. Und hier. Und eine schöne Küche. Schönes Chaos. Schönes Chaos. Aber das ist möglicherweise auch so ein Haus, wo man vielleicht gar nicht so viel machen muss. Obwohl, die Tapeten finde ich schon ziemlich gruselig, ehrlich gesagt. Ich habe den Eindruck, irgendwie ist das Stellen von Sachen schwieriger geworden. Oh, krass, rote Vorhänge. Naja, vielleicht muss man hier doch viel machen. Es ist so teils, teils irgendwie. Tja, wo stellen wir diesen Stuhl hin? Der passt nicht mehr an den Tisch. Den stehe ich jetzt erstmal da hin. So. Sehr gut. Das ist schnell mal aufgeräumt. Und vielleicht sollte ich auch gleich eine Runde putzen, überall, wo ich vorbeikomme. Ja. Gespült hat er auch nicht. Ja, aber ansonsten ist das ja eigentlich ganz in Ordnung hier. So. Das war ein super Mob rausholen. Da müsste noch irgendein Dreck sein. Ah, Tasse spülen. Ja, genau. Tasse spülen mit dem Schrupper. Da wird die bestimmt auch sehr, sehr sauber. Jetzt gehe ich hier nochmal in den Vorraum, weil hier war ja auch ziemlich viel Dreck. damit das mal schnell weggemacht ist. So, da hat er mit den Farben rumgekleckst. So. Ah, also hier die Tapete, die finde ich schon gruselig. Ich mein gut, ist so ein altmodischer Stil. Das haben die Leute mal richtig schick gefunden. Als ich in mein Haus eingezogen bin, hatten wir auch lauter so ähnliche Tapeten. So mit solchen großen Ornamentmustern. So. Hier gibt es mehrere Türen. Ah ja, okay, gut. Und hier? Ah ja, das ist hier wieder die Küche. Genau. Okay. Also zwei Wege in den Keller. Oh, dann gehen wir doch gleich mal in den Keller. Ja, das ist zwar normal nicht so das Erste, was man hier besichtigt, aber... Oh, ein ganz normaler Keller, so wie es aussieht. Kann man gleich mal ein bisschen putzen, wo ich den Schrupper schon in der Hand habe. Und danach räume ich dann gleich mal alles auf. Ja, Werkzeug. So ein Werkstattkeller. Jetzt räumen wir einfach mal den ganzen Krempel auf, den man so mit einem Griff schnell wegkriegt. Und dann sieht das gleich schon wieder manierlicher aus. So, das kann aber unmöglich der Bub gewesen sein. Obwohl, natürlich, das kann er schon gewesen sein, aber... Vielleicht ist der Vater eben ein leuchtendes Vorbild in puncto Unordnung hinterlassen. Was haben wir denn hier? Ah. Ähm. Das kann erst mal bleiben. Ja. Oh, hier, 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 hier geht es noch weiter. So. Oh, hier geht es nach draußen. Cool. Ja. Ei, 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 ei. So. Na? Irgendwie komme ich da nicht dran. An diese einsame Flasche. Immer noch nicht. Guckuck. So. Ah, jetzt. Ja, lasse ich die... Nee, ich lasse die Kellertür nicht offen, sonst wird es ja kalt. Ich wollte wieder in den Keller gehen. Kellertür zumachen. Und jetzt gehe ich hier oben rum. Und jetzt gehe ich hier oben rum. Wieder ins Haus. Ja. Noch eine Tür voll zu der Küche. Die Küche ist hier so ein richtiger Schaltraum sozusagen. Mit lauter Türen. Das können wir auch zumachen. Und dies hier eigentlich auch. So. Und das hier ist Zimmer. Da müsste hier da drüben mal langsam das Wohnzimmer kommen. Oh, mit Klavier. Also sogar Flügel. Und unglaublichen Kitschtapeten. Aber ganz schön Bildern. Und Weihnachtsbaum. Ah, und hier ist auch... So sieht das auch aus auf dem... Auf dem Bild zu dem Update. So. Kann man hier auch beleuchten. Bestimmt. So. Vielleicht ist eine Sicherung durchgebrannt. Ähm, da müssen wir mal einen Sicherungskasten suchen. Sollten wir mal machen. Damit es schön hell wird. So. Normalerweise sind Sicherungskästen ja im Keller. Ähm. Oder hier so. Nö. Da ist einer. Tap, 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 tap. So. Montieren. Jawohl. Die sieht kaputt aus. War's doch schon. Okay. 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 Oder nicht. War's das jetzt? Ähm. Schließen. Anscheinend war's das. Gut. Tap, 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 tap. So. Jetzt probieren wir das nochmal mit dem Licht. Das Haus an sich ist irgendwie ganz schön. Ist ja auch teuer genug. Ja. Ja. So ein bisschen funzelig. haben wir hier schon Licht. Und kann man den Kamin anmachen? Ja. Oh, wie romantisch. Und die Geschenke gedrückt hatten, um aufzuheben. Den Dreck mach ich mal weg. Das Wohnzimmer ist schon irgendwie etwas popelig. Also dafür, dass es so ein großes Haus ist und eigentlich recht schick und so, finde ich das Wohnzimmer so mit dem Sofa popelig. Durch den Weihnachtsbaum und Kamin und so, finde ich es schon schön. Aber so, ja, vielleicht sieht das so aus bei Kevin allein zu Hause. Wie gesagt, als ich den Film geguckt habe, das ist vor, ja, 30, 40 Jahren gewesen oder so. Oh, und was ist hier? Das ist dann wohl das Herrenzimmer. Oder sowas. Ah, hier hat wieder jemand Dreck gemacht. So. Ja, auf jeden Fall ist das irgendwie so eine Art Zweitwohnzimmer. Mit Schreibtisch. Das Herrenbüro. Na, vielleicht auch das Damenbüro. Aber es sieht mehr so aus wie so ein Herrenzimmer. Okay. Und hier, oh, jede Menge Zimmer. Wow. Das ist schon toll, das Haus. Ähm. Was ist das? Ein begehbarer Schrank. Okay. Also ich würde sagen, Abstellkammer, aber vielleicht ist es ein begehbarer Kleiderschrank. Das klingt ja viel toller als Abstellkammer. Wieder diese grässliche Tapete. Aber ein schönes, großes Schlafzimmer. Kann man nicht meckern. Mit Kamin. Ich hoffe, das brennt dann nicht ab. Und hier tatsächlich ein Master Bathroom. Also ein Elternbadezimmer. Oh, das ist schon schick. Hier auch mit Schreibtisch und so. So ein schickes Haus und dann so ein popliges Wohnzimmer. Und hier ein kleines Kinderzimmer. Ja. Hier könnte man die Autos hinbringen. Und hier ein Badezimmer. Das ist dann wohl das Familienbadezimmer in Grauselgrün. Oh. Noch ein begehbarer Kleiderschrank. Okay. Leider ist das jetzt nicht direkt neben dem kleinen Kinderzimmer. Denn sonst würde ich sagen, Wand einreißen und zum kleinen Kinderzimmer dazufügen. Aber man könnte es vielleicht hier dazufügen. Oh, ja. Ja, hier könnte man das dazufügen. Dann hätte man ein schönes, deutlich größeres Kinderzimmer. Und irgendwie wurde hier ein Regal zerstört. Ah, das... Ne, das will ich nicht aufheben. Das kommt später. Dieses hier. Kann man wieder an die Wand hängen. Das ist doch gut. Das hier ist bestimmt Kevins Zimmer. So chaotisch, wie es hier aussieht. So. Das kann man natürlich noch anders machen. Aber so fürs Erste. Ansonsten ist das Zimmer ganz okay. Nur das Plakat nicht. Kann man das gleich verkaufen? Ich glaube, das verkaufe ich gleich. Das muss ja nun wirklich nicht sein. So. Also zwei Kinderzimmer haben wir schon. Eins mit Vergrößerungspotenzial. Und hier... Hier ist noch ein großes Zimmer. Mit diesem etwas unheimlichen Hasen. Und eine ziemlich krass orangene Tapete. Oder ist das Holz? Ich glaube, das ist Holz. Und ist das hier Balkon? Nee. Huch! Oder doch? Nee. Aber das ist ein Bodenfenster, was man so aufmachen kann, dass man dann da rausspringen kann. Ganz toll für Kinderzimmer. Eine sehr gute Konstruktion, Leute. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Gut. Also ist aber ein schönes, anständiges Kinderzimmer. Mit so einem komischen Schlauchzugang. Und hier ist noch eins. Ja, und das ist jetzt wieder klein. Aber ist okay. Also vier Kinderzimmer habe ich jetzt gezählt. Und eins davon könnte man hierdurch vergrößern. Ja, da kann man sich dann auch überlegen, wo macht man... Dann macht man hier eine der Türen raus. Entweder hier so eine nette Nische zum Schlafen. Ist vielleicht dann gemütlich. So ein kuscheliges Nischending. Und dann könnte man diese Tür rausmachen. So. Ja. Dies hier könnte man natürlich noch einreißen, um das Elternschlafzimmer zu vergrößern. Aber eigentlich ist das groß genug. Ich mache mal hier das Feuer aus. Ja, da muss man nix einreißen. Da muss man nur eine andere Tapete machen. Und das kann man ja lassen als begehbaren Kleiderschrank. Okay. Und hier... Ach, ich denke mal, damit kann man zur Not leben mit diesem Zimmer. Es ist halt... ein kleines, etwas freudloses Kinderzimmer. Da könnte man vielleicht ein bisschen andere Wandfarbe machen und Vorhänge und sowas. Dann sieht das freundlicher aus. Ja. Teilweise ein Haus des Grauens, aber teilweise auch sehr schön. Also die... die Fülle, ein paar Flecken und das Haus ist perfekt sauber. Wo gibt es denn da noch Flecken? Na, die werde ich schon noch finden. So. Naja, hier auch mit so... Vor... Vorraum. Also ist ja kein richtig abgeschlossener Raum, aber... Platzmäßig schön großzügig das Ganze. Ich glaube, bisher unser größtes Haus. Ja. Ich denke, ich mache da mal Schluss mit dieser Folge. Und in der nächsten Folge werde ich einfach so ein paar kleine bauliche Veränderungen hier machen, damit es ein bisschen von seinem Schrecken verliert, dieses Haus. Und dann überlege ich mir, ob ich dies hier weiter renoviere. Natürlich gibt es dann auch noch die schon gedrehte Folge vom Rosa-Haus. Oder ob ich dann erst mal mit dem Rosa-Haus weitermache und dann dieses oder dann das Halloween-Haus. Da habe ich ja noch eine ganze Liste vor mir. Ich habe jetzt ja viele Häuser, die auf meiner Warteliste stehen. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020